Tatsuhiro? Du hast dich kaum verändert. Wie geht es dir so? Keiner ist schuld an dem Dilemma. Weder Mizuguchi vom Basketballteam, noch ich und erst recht nicht du Tatsuhiro. Sie behaupten, das Böse existiert nicht. Trotzdem sind, wie du weißt, schlimme Dinge um uns herum geschehen. Hast du eine Erklärung dafür? Das ist alles. Eine Verschwörung. Exakt. Diese Verschwörung wird von einem sehr einflussreichen und mächtigen Syndikat gesteuert. Das stimmt doch nicht. Doch, es stimmt. Ich bin nicht die Einzige, die davon gehört hat. Heute ist der letzte Tag, an dem du in diesen Clubraum kommst. Die letzten zwei Jahre waren wunderschön. Danke, dass du sie mit mir geteilt hast. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020